Herzlich willkommen! Vergesst nicht den Kanal Hörbuch Genuss zu abonnieren und nun viel Spaß mit dem ersten Teil des Dreiteilers mit dem Titel Die vergiftete Mahlzeit. Der Sommer hatte uns zuletzt einige teils seltsam lethargische, teils sehr aufregende Tage beschert. Jetzt versprach der Herbst mit seinen starken Böen, der Nässe und den fallenden Blättern ungleich, nun ja, stürmischer zu werden. An jenem Oktobermorgen, von dem hier die Rede sein soll, fegte ein scharfer Wind vom Meer kommend durch die Straßen Londons. Wer es sich erlauben konnte, blieb in seinen vier Wänden, wer auf die Straße hinaus musste, hielt Hut und was immer er mit sich trug, sehr gut fest. Mehr als einmal wehte ein herrenloser Zylinder an unserem Fenster vorbei, schlug gegen die Hauswand und verschwand aus unserem Sichtfeld. Ich sah dies, denn ich ließ es mir angelegen sein, am Fenster zu stehen und den Sturm durch eine Lücke in den von mir fast geschlossenen Fensterläden zu beobachten. Dabei rauchte ich gemächlich eine Pfeife, froh, nicht hinauszumüssen. Noch vor dem Lunch setzte Regen ein, die spitze Nadeln jagten die Tropfen, vom Wind gepeitscht, den Menschen dort draußen ins Gesicht. Nun war das Wetter so schlecht, dass die Droschken zu ihren Zentralen zurückkehrten, da man den Pferden Wind und Regen nicht länger zumuten konnte. Wie von der Times prognostiziert, war der Wind zu einem starken Sturm geworden. Ein Mann mit einem Handkarren versuchte, sich die Baker Street hinaufzuarbeiten. Er stemmte sich gegen die Böen, hatte jedoch nur mäßigen Erfolg. Mehrfach wurde er zurückgedrängt, während die Ladung des Karrens, es handelte sich um Säcke, in denen wohl Kartoffeln steckten, anfangs von starken Lederriemen gehalten wurden, aber es gab nichts, was den Mann gehalten hätte. Als ihn eine besonders starke Böe erfasste, ließ er den Karren los, stemmte sich noch einmal in den Wind, dann schrie er auf und wurde hart gegen die Schaufensterscheibe des Ladens gegenüber unserer Wohnung geschleudert. Der Aufprall war so hart, dass die Scheibe einen Riss bekam. Und noch war das Drama nicht zu Ende, denn der schwere Wagen mit seinen etlichen Pfund Kartoffeln kam ins Rollen. Er holperte unaufhaltsam über das Kopfsteinpflaster direkt auf seinen Besitzer zu. Hierbei lösten sich Gurte, welche die Fracht sicherten, und obgleich der Besitzer des Wagens die Arme nach vorne riss, konnte er seinem Schicksal nicht entgehen. Der abrupte Halt des Wagens und wohl auch eine weitere Böe sorgten dafür, dass einer der Säcke in die Höhe gewuchtet wurde und gegen den Kopf des Mannes prallte. Die ohnehin beschädigte Scheibe barst, sein Kopf wurde hart in den Nacken geschleudert, und dort ragte ein großer Splitter empor. Ein Ausruf des Entsetzens entfuhr mir, als das Glas seinen Nacken durchstieß und an der Kehle hervortrat. Zu helfen war dem armen Kerl nicht mehr. Zwar zuckten seine Glieder noch einen Moment lang, doch das rasch austretende Blut und die durchtrennte Wirbelsäule knapp unter dem Hals konnten nur bedeuten, dass dies die Zuckungen eines sterbenden Hirns waren. Schon nach weniger als einer Minute endeten alle Bewegungen, und der Mann hing leblos im Schaufenster eines Antiquitätenhändlers. Natürlich würde ich eine Aussage machen, sobald sich der Sturm gelegt und es nicht mehr zu gefährlich war, auf die Straße zu gehen. Doch im Moment blieb nichts anderes, als abzuwarten. Holmes, der das Drama nicht verfolgt hatte, saß in seinem Sessel und genoss ein Pfeifchen. Holmes, Sie glauben nicht, was gerade dort draußen geschehen ist, rief ich aus, nachdem das Leid des Mannes ein Ende gefunden hatte. Es gab einen Unfall, weil sich jemand unvorsichtig auf die Straße gewagt hatte. »Das ist richtig«, bestätigte ich. »Ein Unfall, ja, und er kostete einen jungen Mann das Leben.« »Der Sturm fand demnach ein Opfer«, signierte Holmes, während er die Augen schloss. Er wirkte auf mich ganz und gar seltsam. Nicht er selbst, um es einmal so zu sagen, als ob ihn der Sturm ängstigen würde. Aber dafür bestand kein Grund. Das Haus war solide gebaut, die Fenster stabil und die Läden, welche ich bei Beginn des Sturms geschlossen hatte, hielten selbst harte Gegenstände von den Scheiben fern. »Holmes, was ist los mit Ihnen? Warum diese Melancholie? Doch nicht wegen des Sturms.« Er blickte mich an. »Watson«, sagte er leise. »Dieser Sturm ist der Auftakt zu etwas sehr viel Größerem.« »Sie werden sehen. Schon bald werden wir mit Dingen konfrontiert, die uns in Atem halten und vielleicht sogar unser Leib und Leben bedrohen werden.« »Holmes«, rief ich aus, »wie kommen Sie denn darauf? Das klingt nun sehr nach Aberglauben.« Mein Freund blickte mich sekundenlang an. »Es ist kein Aberglauben«, sagte er schließlich ruhig. »Setzen Sie sich, und ich berichte Ihnen von einem ähnlichen Sturm wie diesem. Ich kam seiner Aufforderung nach. Die Sache begab sich, so begann er, einige Jahre bevor wir einander vorgestellt wurden. Ich lebte damals in einer sehr viel kleineren Wohnung, hatte aber bereits erste Erfolge erringen können. Ich goss uns beiden etwas Tee ein. Auf einen lauen Sommer, der mir gerade genug Anfragen einbrachte, um die Kosten zu decken und mir ein paar neue Gamaschen zu kaufen, folgte ein höchststürmischer Herbst. Es begann mit einem wilden Sturm, der das Dach meiner damaligen Unterkunft abzudecken drohte, und er nahm seinen Fortgang mit einem Attentat auf mich, welches fast mein Leben gefordert hätte. »Was war geschehen?« fragte ich neugierig. Mein Bruder bat um Hilfe. Es ging um Landesverrat auf höchster Ebene. Ich unterschätzte damals, wie bereitwillig Verzweifelte in die Enge getriebene Menschen reagieren. Als ich begriff, in welcher Gefahr ich schwebte, traf mich bereits die Kugel. »Heavens«, entfuhr es mir. »Sie wurden angeschossen?« »Ja, ich wurde angeschossen. Und während die Ärzte mein Leben retteten, vernichtete der Täter jede Spur und jeden Beweis, der ihn mit dem Verrat in Verbindung hätte bringen können, oder mit den Schüssen auf mich. Meine Arbeit von drei Wochen, sie war dahin.« Holmes seufzte, während er an der Pfeife zog. »Als ich aus dem Hospital entlassen wurde, reichte mir mein Bruder dennoch einen Scheck, denn der Verrat hatte aufgehört.« »Was wurde aus dem Täter?«, wollte ich wissen. »Floh er?« »Nein, mein guter Watson, er floh nicht und wurde wenig später zum Premierminister ernannt.« Ich starrte Holmes ungläubig an. War dies ein Beispiel seines seltsamen Humors? Aber nein, sein zornig-grimmiger Gesichtsausdruck verriet mir, dass dies die Wahrheit und nichts als die Wahrheit war. »Haben Sie jemals mit ihm darüber gesprochen?« Holmes schüttelte den Kopf. »Nein, dazu ergab sich keine Gelegenheit. Ein höherer Richter berief ihn zu sich, wenige Tage nach seiner Wahl. Es war, trotz der Belohnung seitens der Regierung, ein höchst unbefriedigender Ausgang des Falls. Wichtiger aber ist, dass ich im Vorfeld spürte, dass etwas Gefährliches auf mich zukommen würde. Der Sturm nach einem lauen Sommer. Er deuchte mir damals als Vorbote des Unheils. Er deutete mit der Pfeife auf das Fenster. Als der Sturm begann, fühlte ich es erneut. Es ist wie damals. Der Sturm ist der Vorbote, und er kann uns Verderben bringen.« Ich blickte Holmes nachdenklich an. Meine Mutter, seligen Angedenkens, war einst überzeugt, sie könne gewisse Ereignisse erahnen, bevor sie eintreten oder ihr bekannt werden. Sie bestand darauf, den Tod ihrer Mutter drei Nächte in Folge geträumt zu haben. Und wirklich starb meine Großmutter auf die geträumte Art und Weise. Aber Holmes war frei von solchen Anwandlungen. Mehr noch, er hielt sie rundweg für Unsinn. Ihn nun so sprechen zu hören, bereitete mir daher Angst. Gleichwohl sollte ich noch häufig an dieses Gespräch denken, denn die nachfolgenden Ereignisse riefen es mir wieder und wieder ins Gedächtnis. Der Sturm kam erst in den Abendstunden zur Ruhe. Kaum ließ es das Wetter zu, als sich auch schon das Haus verließ und zu dem unglücklichen Mann eilte, der immer noch im Schaufenster des Antiquitätenhändlers hing, beachtet von niemandem, denn in all der Zeit hatte sich niemand blicken lassen. Auch der Antiquitätenhändler nicht. Wie sich zeigte, hatte dieser nicht in seinem Laden auf das Ende des Sturms gewartet, sondern in den Privaträumen darüber. Von dort hatte er gelegentlich auf die Straße geschaut, aber natürlich nicht sehen können, was sich unmittelbar unter ihm ereignete. Der arme Kerl erlitt einen nervlichen Zusammenbruch, als er den Toten sah, und ich hatte nicht nur mit der Polizei zu reden, sondern auch einen Patienten, den es zu betreuen galt. Zum Glück sind solche Zusammenbrüche bei Männern stets mit einem guten Brandy zu kurieren. Holmes nahm all dies nur beiläufig wahr. Ich kam nicht umhin zu vermuten, dass er in dem Toten einen Dummkopf sah, der sich unnötigerweise in Gefahr begeben hatte, und ganz von der Hand zu weisen war dies nicht. Doch wusste ich zu wenig, um ein harsches Urteil zu fällen. Möglich, dass ihnen die Umstände oder, und das war nicht auszuschließen, ein hartherziger Arbeitgeber auf die Straße gejagt hatte. Zwar waren die Arbeiter seit Ebenezer Scrooge einen weiten Weg gegangen, aber noch immer waren ihre Rechte marginal, die drohende Arbeitslosigkeit allgegenwärtig. Als ich zurückkehrte, hatte sich die Stimmung meines Freundes gebessert. Anfangs glaubte ich, er habe seinen Aberglaube nun im Angesicht eines deutlich besseren Wetters überwunden, aber dies war nicht der Fall, wie sich zeigte. Stattdessen hatte er einen gewissen Fatalismus entwickelt, den ich so nicht von ihm kannte. Er war weiterhin fest davon überzeugt, dass uns stürmische und gefährliche Zeiten ins Haus standen, und nichts, was auch immer ich sagte, konnte dies ändern. Der nächste Morgen brachte keine Post. Dies erstaunte mich ein wenig, denn nach Holmes' düsterer Vorhersage hatte ich mit einem dringenden Hilfegesuch eines Klienten gerechnet. Aber noch trat nicht ein, was Holmes zu fürchten schien. Wir verbrachten den Morgen damit, in unseren Räumen ein wenig für Ordnung zu sorgen. Später, so hatten wir beschlossen, würden wir eine Vernissage besuchen, und anschließend ein Dinner einnehmen. Holmes, das merkte ich schnell, war nicht bei der Sache. Mehr als einmal verharrte er in der Bewegung, den Blick ins Leere gerichtet. Und als wir endlich so weit Ordnung geschaffen hatten, dass wir einen potenziellen Besucher hätten ohne Scham empfangen können, sank Holmes in einen Sessel, in Händen die Aufzeichnungen eines alten Falls. Er blätterte die handschriftlichen Notizen durch und reichte mir schließlich den Befund jener Ärzte, die ihn nach seiner Schussverletzung damals behandelt hatten. Die Wunde hatte ihn für Wochen aus dem Spiel genommen, wie sich zeigte. Seine Jagd war beendet gewesen, als er zu Boden ging. Der einzige Trost, der Holmes geblieben war, waren der Scheck und die Tatsache, dass der Verräter die Früchte seiner politischen Arbeit nicht hatte genießen können. Sein Name tauchte nicht einmal in der Liste der Premiers von England auf, da er das Amt nicht einmal hatte wirklich antreten können. Er wurde in der Geschichte übergangen, und nach allem, was ich wusste, war dies auch gut so. Holmes reichte mir seine Notizen, damit ich mir selbst ein Bild des Falls machen konnte. Wie sich zeigte, war mein Freund bereits schon damals sehr methodisch vorgegangen. Er hatte früh die richtige Spur aufgenommen, jedoch mangelte es ihm bis zum Schluss am entscheidenden Beweis. Als er diesen schließlich in Händen zu halten glaubte, traf ihn die Kugel des unbekannten Attentäters, und seine Zielperson entkam. Der Beweis, den Holmes so lange gesucht hatte, war vernichtet, mit allem anderen, was ihn hätte in Bedrängnis bringen können. Je länger ich über die Situation nachdachte, umso klarer wurde mir, dass dieser Schuss Holmes nicht hätte töten sollen. Und das deuchte mir doch seltsam. Wozu sollte sich ein derart verzweifelter Mann die Mühe machen und einen Schützen anheuern, wenn dieser nicht den Auftrag hätte, zu töten? Ich teilte Holmes meine Bedenken mit. »Wissen Sie, mein guter Watson«, sagte Holmes, »ich hatte viel Zeit, um über diese Affäre nachzudenken. Und je länger ich das tue, umso überzeugter bin ich davon, dass es sich hier um einen frühen Plan von Moriarty handelt. Der Verrat lag nicht im Charakter des Mannes, der ihn am Ende beging. So wenig, wie ich ihm das Anheuern eines Schützen zugetraut hätte. Zog jedoch jemand im Hintergrund die Strippen, so hatte dieser jemand einen Schützen zur Hand. Möglich, dass sich Moriarty in jenen Tagen durch mich herausgefordert fühlte, und er den Waffengang mit mir genoss. Er tat es bis zu jenem Moment, als seine Freiheit in ernste Gefahr geriet. Erst da beauftragte er seine Hand langer, mich zu töten. Zuvor aber, also glauben Sie, dass schon damals Sebastian Morin auf sie anlegte? Möglich. Aber Morin war nicht der einzige Schütze in Diensten des Moriartys. Er war der Beste, und er hatte durch den Tod seines Mentors und Arbeitgebers am meisten zu verlieren, sodass er am Ende nach Rache durstete. Aber schützen hatte Moriarty einige, auch Mogger und andere Tagediebe. Ich reichte ihm die Unterlagen. »Der Professor ist tot, sein bester Schütze nicht. Er ist noch immer da draußen, nun in Diensten von Moriarty Junior.« »Erschreckend, nicht wahr?«, sagte Holmes, und sein Blick glitt ins Leere. Die Vernissage wartete mit einer Überraschung auf. Der Künstler, ein junger, bescheidener Mann, stand den Interessenten Rede und Antwort, während einige Musiker Mozart und Beethoven zum Besten gaben. Die meisten Bilder stellten Stillleben oder auch Landschaften dar. Die Pinselführung des Künstlers war ausgezeichnet, und in meinen Augen trennte ihn nicht viel von Meistern wie ein Monet. Hin und wieder entdeckten wir auch Porträts von Männern, Frauen und Kindern, die dem Künstler Modell gesessen hatten. Sie alle wirkten lebendig, lebendiger als so manche Auftragsarbeit, die wir im Laufe der Zeit in den Herrenhäusern und Villen unserer Klienten sahen. Ich erinnerte mich an die Porträts im Büro des Dukes zur Faudernes. Dort waren er, sein Vater und auch sein Sohn in Öl verewigt. Doch wirkten diese Bilder so kalt wie das Herz des ehemaligen Kabinettsmitglieds. Die Porträts, die wir im Rahmen der Vernissage sahen, waren von anderer Qualität. Wir genossen die Bilder, bis wir in einem kleinen Raum, fast versteckt und kaum beleuchtet, das Porträt einer Frau sahen, die wir beide, Holmes und ich, nur zu gut kannten. »Holmes!« rief ich aus, als ich das Porträt sah. »Das ist sie!« Mein Freund reagierte elektrisiert, stimmte mir aber zu. Es gab keinen Zweifel. Die Dame auf dem Porträt war Irene Adler, einst eine gefeierte Opernsängerin, später eine erbitterte Widersacherin von Holmes. Sie war ein Geist, der wieder und wieder durch meine Aufzeichnungen huschte. Und nun sahen wir ihr Porträt, und noch immer war ihre Schönheit bedrückend. Wie sagte es der spätere König von Böhmen so eloquent, sie hat das Gesicht der Schönsten aller Frauen und den Verstand des Entschlossensten aller Männer. Und ja, dies traf noch immer zu. Ihre Schönheit war noch immer berückend. Dem Maler war es gelungen, sie in ganzer Pracht in Öl zu verewigen. Das sanfte Lächeln, die fein gliedrigen Hände, die vollen Lippen und verträumt dreienblickenden Augen. Dazu das rote Kleid und der Schmuck an Hand und Hals. Es war, als ob dem Künstler nicht das kleinste Detail entgangen war. Natürlich warf das Bild Fragen auf. Wann hatte sie für das Porträt-Modell gesessen? Wie war der Künstler gerade mit ihr in Kontakt getreten und warum? Watson? fragte mein Freund, während wir uns auf die Suche nach dem Maler begaben. Wer sandte uns die Einladung? Die Galerie? Der Künstler, soweit ich mich erinnere. Es sei ihm eine Ehre, den weltberühmten Sherlock Holmes und seinen Freund Dr. Watson einzuladen. Wir fanden den Künstler. Und verzeihen Sie mir, wenn ich an dieser Stelle keinen Namen nenne, denn der junge Mann wurde später zu einem der bekanntesten Vertreter seiner Zunft, und ich sehe keine Notwendigkeit, seinen Namen zu beschmutzen. Wir fanden ihn also in der Nähe des Eingangs. Er saß an einem Tisch und unterhielt sich mit dem Galeristen. Als er uns sah, sprang er auf und reichte uns die Hand. Holmes beglückwünschte den jungen Mann zu seiner Pinselführung und der Lebendigkeit seiner Porträts. In diesem Zusammenhang sei uns das Bildnis einer Dame aufgefallen, die uns vertraut erschien. Der Künstler wusste sofort, von wem wir sprachen. Also ging der Plan meines Gönners auf? Er strahlte uns an. Das wird ihn freuen. Welcher Plan? fragte ich alarmiert. Eines Tages im Januar, begann der Künstler zu berichten, klingelte es an der Tür. Ich hielt mich zu diesem Zeitpunkt in meinem Atelier auf, sodass meine Mutter öffnete mich aber rief, da es um die Kunst ginge. Er wirkte nun verlegen. Meine Mutter ist nicht glücklich über meine Berufswahl. Sie hoffte, dass ich eines Tages bei der Bank arbeiten würde, so wie Vater, aber ich bin kein Banker. Ich bin Künstler. Und ein sehr guter, versicherte ich ihm, da Holmes bereits ungeduldig zu werden drohte. Bitte fahren Sie fort. Und dies tat er. Vor mir stand schließlich ein Mann in meinem Alter, also etwa dreißig. Ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen, doch er musste von mir gehört haben, denn er gratulierte mir zu meinem Talent. Selten habe er einen solch lebendigen Pinselstrich gesehen. Der junge Mann schaute von Holmes zu mir. Sie verstehen, dass mir dies sehr schmeichelte. Kunst ist oft ein einsames Geschäft. Holmes gab ein Geräusch von sich, das wohl Zustimmung signalisierte. Nun, mein Besucher, so fuhr der Maler fort, ließ mich wissen, dass einst sein Vater und nun er ein Förderer der Künste sei. Genau darum sei er gekommen, um auch mir eine solche Förderung zukommen zu lassen. Und so drückte er mir einen Scheck über 200 Pfund in die Hand. Ohne Bedingungen, ohne Rückzahlungswünsche. Sie können sich vorstellen, wie sehr mich diese Zuwendung freute. Wieder gab Holmes diesen merkwürdigen Laut von sich, der zum einen Zustimmung signalisierte, zum anderen aber seiner Ungeduld entsprungen war. Ich glaubte nicht, erklärte der Künstler, meinen Gönner so schnell noch einmal zu sehen, doch da irrte ich mich. Keine vier Wochen später besuchte er mich erneut, nun in Begleitung einer Frau, wie sie schöner nicht hätte sein können. Er stellte sie mir als Iris Sadler vor und bat mich, ihm einen Gefallen zu tun. Ich solle sie porträtieren und das Porträt zu einer Ausstellung mitnehmen, welche er für mich organisieren würde. Zudem solle ich speziell sie beide einladen, denn sie seien Freunde der Dame. Das alles würde er sich gerne 500 Pfund kosten lassen. »500 Pfund?« fragte ich erstaunt. »Eine stolze Summe!« Er nickte. Natürlich lehnte ich das Geld ab, er hatte mir bereits 200 Pfund gegeben und würde er wirklich eine Ausstellung organisieren, so sei dies Lohn genug. Doch mein Wohltäter insistierte, und so porträtierte ich Miss Sadler. Sowohl sie als auch mein Gönner zeigten sich beeindruckt von dem Ergebnis. Ich erhielt den Scheck und auch die Bestätigung dieser Galerie die Ausstellung betreffend. »Sahen Sie ihn oder Miss Sadler noch einmal?« fragte Holmes. »Gestern am frühen Abend,« bestätigte der Künstler. Er sagte, er müsse überraschend auf den Kontinent reisen, würde aber gerne die Ausstellung sehen. Da die Bilder bereits an der Wand hingen, gab ich ihm eine Führung. Dabei bedankte ich mich erneut. Er wünschte mir Glück und versprach, dass ich von ihm hören würde. Das war's. Der junge Mann beugte sich vor. »Nun habe ich Miss Sadler getroffen?« »Bis ins kleinste Detail,« erwiderte Holmes. »Würden Sie mir einen Gefallen tun?« »Gewiss,« erwiderte der Künstler sofort. »Sollte Miss Sadler oder auch ihr Gönner erneut vorstellig werden, so lassen Sie bitte nach uns schicken. Wir würden dem Gentleman gerne die Hand schütteln. Und was Miss Sadler angelangt, so haben wir sie schon eine Weile nicht mehr gesehen.« »Das werde ich mit Freuden tun,« versprach der junge Künstler, ehe er uns die Hände zum Abschied schüttelte. »So«, sagte ich zu Holmes, als wir zu Fuß zu jenem Restaurant gingen, welches vor einigen Wochen neu eröffnet hatte. »Iris Sadler also.« Holmes schmunzelte. »Die Dame ist umtriebig. Dass sie sich jedoch mit Moriarty Junior einlässt, das könnte ihr Verderben sein.« Es erstaunte mich nicht, Betroffenheit in Holmes' Stimme zu hören. Für ihn war Irene Adler stets die Frau, und das würde sich wohl auch nicht ändern. Die Bewunderung, die er Irene Adler entgegenbrachte, war einzigartig. In der Regel konnte er dem zarten Geschlecht wenig abgewinnen. Frauen, das waren für ihn interessante Studienobjekte, die er mal als zu emotional und hysterisch abtat, dann aber wieder je nach Fall für ihre Durchsetzungskraft lobte. Man musste nur an den Fall des Marineabkommens denken, wollte man ein Beispiel für eine besonders starke Frau. Nun also war Irene Adler erneut auf den Plan getreten, und plötzlich fielen mir Holmes' Worte ein. Denn wenn es jemanden gab, der uns einen Sturm bescheren konnte, dann ohne jeden Zweifel sie. Das Golden Cup, jenes Restaurant, bot kontinentale Küche der gehobenen Klasse. Ohne Reservierung war es schwer, einen Tisch zu erhalten, und so waren wir froh, dass wir vorausschauend für diesen Abend reserviert hatten. Unser Tisch lag ein wenig versteckt hinter hohen Pflanzen. An einem Piano saß ein Mann und spielte klassische Musik. Er tat dies jedoch so vorsichtig, dass die Unterhaltungen nicht gestört wurden. Die Karte, in geschmackvollem Leder gehalten, offerierte eine erkleckliche Auswahl internationaler Gerichte. Vor allem deutsche und österreichische Delikatessen wurden angeboten, aber auch französische Küche wurde offeriert. Während ich mich für eine Suppe, gefolgt von einem Wiener Schnitzel, entschied, wählte Holmes ein Boeuf Bourguignon. Die Suppe schmeckte hervorragend. Wir unterhielten uns während der Vorspeise über das Bildnis, die Einladung zu dieser Vernissage und den seltsamen Weg, wie all das zustande gekommen war. Was mochte Moriarty, und dass es sich bei dem geheimnisvollen Gönner um ihn und um niemanden anderen handelte, stand für uns außer Frage, bezwecken. Und warum ließ sich Irene Adler darauf ein? Der Hauptgang kam, und auch das Schnitzel schmeckte köstlich. Wir hatten Wein zum Hauptgang, und ich wollte gerade spekulieren, ob Moriarty seinen jungen Schützling nutzen könne, um im Bereich der Kunst sein Unwesen zu treiben, als sich Holmes plötzlich aufrichtete, die Augen dabei geweitet. Dicke Schweißperlen troffen von seiner Stirn, er öffnete den Mund, als wolle er etwas sagen, doch kein Laut drang über seine Lippen. »Atmen Sie!« rief ich erschrocken. »Holmes, atmen Sie!« Er starrte mich an, dann schüttelte er den Kopf und griff sich mit beiden Händen an die Kehle. Ich blickte auf das Fleisch und begriff. Holmes war vergiftet worden. Ich sprang auf, während sich das Gesicht meines Freundes erst rot, dann blau zu verfärben begann. Ich riss Holmes von seinem Stuhl und legte ihn auf den Boden. Anschließend öffnete ich die Knöpfe seiner Kleidung, aber das besserte seinen Zustand nicht. Seine Hände griffen nach mir, seine Lippen bewegten sich, doch ich hatte keine Zeit, die Worte von seinem Munde abzulesen. Inzwischen waren weitere Gäste und auch die Kellner auf uns aufmerksam geworden. »Einen Arzt!« rief ich laut. »Ich brauche einen Arzt mit Arzttasche!« Holmes kämpfte derweil gegen das Gift an. Was genau verhinderte, dass er atmete, ich vermochte es nicht zu sagen. Sicher war aber, dass er hier und jetzt sterben würde, konnte ich ihm nicht helfen. Schließlich sah ich einen älteren Mann herbeieilen, in der Hand eine Tasche, die meiner nicht unähnlich war. »Ich bin Arzt!« ließ er mich wissen. »Machen Sie Platz!« »Skalpell!« befahl ich harsch. »Raschmann oder er ist des Todes!« »Aber ich«, ohne auf das indignierte Stirnrunzeln des Kollegen zu achten, riss ich die Tasche an mich und öffnete sie. »Das wird nun wehtun, alter Junge! Aber anders geht es nicht!« ließ ich Holmes wissen, nachdem ich das Skalpell gefunden hatte. Holmes' Hände krallten sich in meine Arme, als ich den seit dem Altertum bekannten Schnitt durchführte, um anschließend einen Schlauch in die Luftröhre einzuführen. Wie erhofft atmete Holmes nun wieder. Was immer ihm durch das Essen beigebracht worden war. Es musste den Kehldeckel verschlossen haben. Die Lunge jedenfalls arbeitete, und das war ein gutes Zeichen. Wieder bewegte Holmes die Lippen. Sein Gesicht war nun gerötet. Er blickte mich an, und ich konnte erkennen, dass es ein Wort war, das er zu sprechen versuchte. »Gift!« Ich nickte. »Keine Sorge, Holmes! Das Schlimmste ist überstanden!« Das sagte ich ihm, und in diesem Moment glaubte ich dies auch. Der Kollege, dessen Koffer ich genutzt hatte, stand ein wenig unschlüssig neben uns, meine Arbeit betrachtend. Es war beileibe nicht das erste Mal, dass ich einen solchen Schnitt durchgeführt hatte. Im Krieg, auch wenn er höchst unvorteilhaft für mich verlaufen war, hatte ich hin und wieder darauf zurückgreifen müssen. Und auch in der privaten Praxis war es vorgekommen. Inzwischen war ein junger, uniformierter Polizist hinzugekommen. Er versicherte mir, ein Kollege habe bereits nach einem Krankentransport telegrafiert. Ich stabilisierte den Schlauch, so dass er nicht hinausrutschen konnte. Dann warteten wir auf das Eintreffen besagten Transports. Hier konnten sich die Menschen in London glücklich schätzen, denn seit etlichen Jahren gab es diesen nun auch für private Personen. Holmes, so wurde mir klar, als ich ihn anblickte, hatte das Bewusstsein verloren. Ich nahm an, dass es eine durch die Atemnot und Aufregung induzierte Ohnmacht sei. Sein Puls war schwach, aber regelmäßig. Gleiches galt für die Atmung. Der Zustand meines Freundes war soweit stabil. Dies gab mir Gelegenheit, über die nächsten Schritte jenseits von Krankenhaus und Behandlung nachzudenken. »Sorgen Sie dafür«, bat ich den Polizeibeamten, »dass das Essen eingepackt wird. Nicht das Schnitzel, sondern das andere Gericht. Wir müssen es gründlich untersuchen.« »Ich weiß nicht, wer Sie sind, guter Mann«, sagte der Officer deutlich indigniert, »aber ich bin es nicht gewohnt, Anweisungen von Zivilpersonen entgegenzunehmen.« »Mein Name ist Watson, John H. Watson, MD. Sie mögen von mir gehört haben oder nicht, aber dieser Gentleman hier, dem ich soeben das Leben retten musste, ist niemand anderes als Sherlock Holmes. Jemand wollte ihn mit diesem Essen«, ich deutete auf Holmes' Teller, »vergiften.« »Ich bin sicher, Ihre Vorgesetzten erwarten, dass sie sich umgehend nützlich machen. Sollte Lestrade eintreffen, solange wir hier sind, wird er es Ihnen sagen.« »Nun, wenn Sie wirklich? Ich meine, Sie sind wirklich der Dr. Watson, der hin und wieder als Polizeiarzt arbeitet?« »Genau der bin ich, Mann.« »Nun, dann«, er tippte sich an den Helm und machte sich an die Arbeit. Der Krankentransport kam, ehe Lestrade oder ein anderer Inspektor eintraf. Wir fuhren mit Holmes zum St. Bartholomew's Hospital. In dessen Labor hatte ich Holmes einst kennengelernt. Nun wurde mein Freund als Patient eingeliefert, und ich hoffte inständig, dass er sich bald erholen würde. Der Sturm, von dem Holmes gesprochen hatte, war beim Dinner über uns gekommen. Ich hatte angenommen, Holmes' Zustand würde sich bessern, sobald er wieder atmen und sich von dem Schreck erholt hat. Meine Erwartung war gewesen, dass sich seine Kehle und der Kehldeckel entspannen würde, der Schlauch bald gezogen und die Wunde vernäht werden könne. Noch im Hospital traf Lestrade ein, der Inspektor, er war uns ein Freund geworden, zeigte sich entsetzt von dem, was Holmes widerfahren war. Obgleich wir beide darin übereinstimmten, dass sich Holmes im Laufe der Zeit etliche Feinde gemacht hatte, so kam dieser feige Anschlag doch überraschend. Da ich nach einem Gespräch mit Dr. Wilson, Holmes' behandelndem Arzt, meinen Freund in guten Händen wusste, verließ ich mit Lestrade das St. Bartholomeus. Der Kollege dort teilte meine Einschätzung, nach der Holmes das Gröbste überstanden habe. Es trat und ich vermuteten, dass ein glasklarer Verstand schon bald aktiv würde, um den Schuldigen zu überführen, aber noch schlief er, und sowohl der Arzt im Hospital als auch ich glaubten, dass dies das Beste für Körper und Geist war. Somit blieb uns vorerst nur, den Spuren zu folgen, die wir hatten. Auf dem Weg zurück zum Restaurant berichtete ich Lestrade von der Vernissage und auch von Irene Adlers Portrait. Als ich den Namen Moriarty nannte, stöhnte der Inspektor auf. Die Teufeleien dieses Mannes, der seinem Vater in nichts nachstand, hatten auch Scotland Yard auf Trab gehalten. »Glauben Sie«, fragte Lestrade, »dass Moriarty hinter dem Anschlag auf Holmes steckt? Will er ihn endgültig aus dem Weg räumen?« Ich dachte einige Sekunden über diese Frage nach. War es möglich, dass Moriarty Junior dort erfolgreich sein wollte, wo sein Vater versagte und selbst sein Ende fand? Die Leiche des Mannes ruhte noch immer auf dem Grund der reichen Bachfälle. Bei genauerer Betrachtung aber erschien mir eine Verbindung zu Moriarty fragwürdig. Warum sollte er solche Mühen auf sich nehmen und derart viel Geld ausgeben, wenn Holmes noch am Tag der Vernissage sterben sollte? Das ergab keinen Sinn. Mehr noch, ich glaubte sogar, dass sich Moriarty durch diesen Anschlag gestört fühlen würde. Er hatte ohne Zweifel etwas Komplexeres ausgebrütet, und nun lag sein Erzfeind im Hospital. Was sollte dies bringen?« Wir erreichten das Lokal. Die Besucher waren inzwischen aus dem Gastraum komplementiert worden, das Personal hielt sich weiterhin zur Verfügung. Lestrade ließ keinen Zweifel daran, wie verwerflich er das Verbrechen fand. Einem arglosen Mann im Restaurant Gift zu verabreichen, das war ein Verbrechen übelster Sorte. Der Betreiber des Restaurants zeigte sich entsetzt von den Vorgängen. Sein Englisch war nicht das Beste, er stammte, wie er sagte, aus dem Königreich Bayern. Der Bart des beleibten Mannes zitterte, als er in einen Stuhl sank, um sich dem Verhör durch Lestrade und mich zu unterziehen. Niemals in seinem Leben habe er, Adam Gruber, geglaubt, jemand könne in seinem Restaurant zu Schaden kommen, in seinem Restaurant, im Golden Cup. Doch nun sei es geschehen, was sollten nur die Gäste denken? Lestrade brachte ein wenig Ordnung in das Selbstmitleid des Mannes, indem er ihm Fragen stellte und auf eine möglichst knappe, präzise Antwort bestand. Warum habe er das Restaurant in London eröffnet? Warum gerade in dieser Gegend? Wie lange würde er das Personal kennen? Sei ihm etwas Verdächtiges aufgefallen? Sie erfuhren, dass dies bereits sein zweites Restaurant war. Das erste hatte er in München betrieben und vor einem Jahr seinem Sohn überlassen. Er habe dort Könige bedient. Könige! Ein Freund aus Birmingham habe ihm geraten, auch hier ein Restaurant zu eröffnen. Seine Speisen würden ohne Zweifel auch den Ladies und Gentlemen von London munden. Also hatte er die Idee aufgegriffen und nach einem Objekt gesucht, welches seinen Zwecken dienlich sei. Inzwischen seien Minister und Adelige ebenso in seinem Restaurant zu Gast gewesen, die Mitglieder des Königshauses. Und nun das. Er sei ruiniert. Würde Holmes sterben, er könne sich den Strick nehmen. Die Mitarbeiter, oh, die kenne er noch nicht sehr lange. Mit Ausnahme des Chefkochs, denn dieser habe ihn nach London begleitet. Der ehemalige Sue-Chef würde nun die Küche in München leiten. Das restliche Personal? Nein, das habe er nicht aus München mitgenommen, sondern hier erst eingestellt. Sein Maître de Cuisine habe freie Hand gehabt, was die Küchenbrigade anbelangt. Der Service sei von seiner Frau eingestellt worden, die selbst die Leitung des Restaurantbetriebs innehabe. Er würde sich um das Geschäftliche kümmern. Etwas Ungewöhnliches? Nein, jeder habe sich verhalten wie stets. Seine Frau könne diese Frage jedoch besser beantworten. Seine Frau, Isabel Gruber, war nicht minder beleibt wie ihr Gatte. Hätte sie einen Bart gehabt, beide hätten Zwillinge sein können. Rotwangig und mit betroffenem Gesichtsausdruck saß sie da, um unsere Fragen zu beantworten. Das Personal sei von ihr ausgesucht worden, jawohl. Nur gute Leute mit Papieren, keine Anfänger. Oh nein, Sir, wer Könige und Grafen zu seinen Gästen zählen möchte, darf am Personal nicht sparen. Etwas Ungewöhnliches? Nein, ihr sei nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Obwohl, nun, da sie darüber nachdächte, einer der Kellner sei doch sehr nervös gewesen. Er sei es noch immer, würde im Nebenraum auf- und abgehen. Ob er Holmes bedient habe, das wisse sie nicht. Aber das könne ich wohl besser beantworten. Sonst noch etwas? Nein? Besagter Kellner hatte uns nicht bedient. Seine Nervosität stand ihm jedoch ins Gesicht geschrieben. Mehr noch. Er kaute an den Nägeln, während er uns gegenüber saß. Der Arbeitsplatz sei ein sehr guter, ja. Die Grubers seien grundanständige Leute, nicht geizig, aber stets auf korrektes Verhalten bedacht. Wolle man die hohen Herren und Damen als Gäste gewinnen, sei dies notwendig. Natürlich sei das, was geschah, höchst unglücklich. Wer käme denn nun noch, wenn man Gefahr liefe, vergiftet zu werden? Nervös, er. Ja, er sei nervös, und er wünschte, das Gespräch sei bald vorüber. Weil er etwas zu verbergen habe? Oh, aber nein, weil seine Frau in den Wehen läge und heute niederkäme. Er wolle so rasch wie möglich zu ihr. Das wollen wir verstehen, nicht wahr? Wir verstanden es, entließen ihn zu seiner Frau und baten den Maitre zum Gespräch. Er habe in München für Könige gekocht, für Könige. Das würde er gerne auch hier tun, aber das sei ja nun vorbei. Nach diesem Vorfall kämen höchstens noch die Bettler vorbei, um nach einem Stück Brot zu fragen. Schließen könne man das Lokal, und zwar sofort. Was für eine Schande, nach einem solch guten Anfang. Etwas Ungewöhnliches, bemerkt er. Ob wir wüssten, was er als Maitre zu tun habe. Das Personal in der Küche sei handverlesen, da würde niemand mit Gift würzen. Was soll das für ein Gift gewesen sein? Am Ende sei der arme Tropf in den Kolonien gewesen und habe sich dort mit einem hier unbekannten Erreger infiziert. Wer weiß, welche Krankheiten die Wilden mit sich herumschleppen. Niemand würde hier die Gäste vergiften. Dafür gäbe es keinen Grund. Außer natürlich. Aha, das war ein Anschlag. Das war ein Anschlag von Mr. Lefebvre. Er habe ein Restaurant nicht weit entfernt, und weil sein Fleisch wie die Hoden eines alten Stiers riechen, geht dort keiner mehr hin, seit der Golden Cup mit dem besten Maitre in ganz England eröffnet hätte. In Frankreich sei er gewesen, in der Schweiz und in Österreich, bevor er in München. Aber niemand habe jemals geglaubt, er würde seine Gäste vergiften. Nein, das müsse ein Agent von Lefebvre sein. Dieser Lurch habe schon einmal versucht, die Bemühungen der Grubers zu hintertreiben, aber dies sei ihm nicht gut bekommen. Der Su-Chef war der gleichen Meinung. Warum sollte jemand Sherlock Holmes vergiften, eh? Den großen Holmes, eh? Oder überhaupt einen Gast, eh? Das ergebe doch keinen Sinn, eh? Aber Lefebvre, der war genau der Typ, der die Gäste anderer Restaurants vergiften würde, machte guten Umsatz, bis der Golden Cup eröffnete, und die Ladies und Gentlemen erkannten, was gutes Essen ist, wirklich gutes Essen, und nicht das, was Lefebvre in seinem Chez Michel servieren würde. Das schmecke doch, als habe jemand die Kloake der Möwen zum Würzen genommen, so widerlich sei das alles. In diesem Stile verliefen die weiteren Gespräche. Wenn jemand wirklich vorsätzlich Gift auf das Essen von Sherlock Holmes gegeben habe, dann musste es Lefebvre sein. Der habe ohne Zweifel beim Maitre Satans gelernt, denn so teuflisch schlecht, wie das Essen dort sei, glauben Sie, dass es Zufall war? fragte Lestrade, als wir das Restaurant verließen. Dieser Lefebvre wollte jemanden vergiften, und es traf rein zufällig Holmes? Möglich, erwiderte ich. Inzwischen war es spät. Die Gaslampen erhellten die Straßen, nur noch vereinzelt fuhren Droschken. Wir sollten dem Chez Michel auf jeden Fall einen Besuch abstatten, und das gleich morgen. Es trat, stimmte dem zu und verabschiedete sich von mir. Ich wartete, bis er in seine Droschke gestiegen und losgefahren war, ehe ich mich zu Fuß auf den Heimweg machte. Dort angekommen, wartete bereits Mrs. Hudson auf mich. Sie war aufgelöst, Tränen glitzerten in ihren Augen. Mr. Holmes, er liegt im Krankenhaus? fragte sie mit ängstlich geweiteten Augen. Es wird ihm schon bald besser gehen, versuchte ich, sie zu beruhigen, doch sie schüttelte den Kopf. Anschließend reichte sie mir wortlos ein Telegramm des St. Bartholomew's Hospital. Holmes, so schrieb Dr. Wilson, ginge es zunehmend schlechter. Er könne nicht garantieren, dass sein Patient die Nacht überlebt.